Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Akuma Games. Ich zeige euch heute mit einer Mod, wie ihr FidelityFX Super Resolution von AMD in euren SteamVR-Spielen aktivieren könnt. Wir lechzen ja alle nach DLSS, beziehungsweise Möglichkeiten, um mehr Framerates aus Spielen rauszuholen. Das ist aber nicht immer so leicht. DLSS funktioniert nur mit RTX-Grafikkarten und das FidelityFX von AMD ist nicht so beeindruckend wie DLSS. Und ist noch nicht für alle Spiele kompatibel. Aber FidelityFX könnte theoretisch für alle Spiele kompatibel sein. Die Engines müssen das nur unterstützen. Und vor allem die Unreal Engine und die Unity Engine müssen das implementieren. Und dann... Auf jeden Fall hat ein Modder das selber in die Hand genommen. Und ich zeige euch heute, wie ihr das Ganze aktiviert und benutzen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Also ich hatte tolle Ergebnisse damit. Auf Reddit habe ich diesen Thread gefunden. Von F. Holger oder Folger. Der schreibt hier nämlich, I created a mod to enable AMD's FidelityFX Super Resolution in SteamVR-Games. Und da dachte ich, okay, cool. Das könnte man nochmal ausprobieren. Er hat hier einen GitHub-Link. Dadurch, dass er das bei GitHub gepostet hat, war ich erstmal zuversichtlich, okay, das Ding ist open source. Kann jeder reinschauen. Vielleicht ist das Ding relativ sicher. Habe ich für euch ausprobiert und ich konnte mir jetzt nichts Merkwürdiges feststellen. Müsst ihr aber selber wissen, Disclaimer, alles was ihr hier bei mir gesehen habt, müsst ihr nicht nachmachen. Könnt ihr aber nachmachen. Ich präsentiere euch nur meine Ergebnisse und wie ich das Ganze hier gemacht habe. Funktioniert nur bei den SteamVR-Games, beziehungsweise muss das Spiel über die OpenVR-Schnittstelle laufen. Und das ist ja bei SteamVR der Fall. Hier habt ihr den OpenVR-FSR.zip-Ordner. Den müsst ihr runterladen. Einfach hier draufklicken. Dann öffnet sich das Fensterchen. Und dann ladet ihr das Ganze runter. Und entpackt das Ganze. Dann habt ihr hier einen Ordner. mit zwei Dateien drin. Den OpenVR-API-DLL und OpenVR-Mod. Diese beiden Dateien müsst ihr in das jeweilige Spiel einfügen. Also dafür müsst ihr erstmal den Installationsordner finden. Dafür geht ihr bei Steam einfach auf die Bibliothek. Und dann hier zum Beispiel The Walking Dead Saints and Sinners. Das habe ich nämlich auch getestet. Und vor allem bei diesem Spiel möchte ich so viel Framerates bei möglichst guter Qualität rausbekommen. Da geht ihr hier auf Verwalten. Lokale Dateien durchsuchen. Und dann habt ihr hier den Ordner. Da müsst ihr jetzt diese Datei finden. Die OpenVR-API-DLL. Die habe ich gefunden im Engine-Ordner. Binarys. Third-Party. OpenVR. Und dann in diesem Ordner hier. Und dann in diesem Ordner hier. Und da haben wir die Dateien. OpenVR-API-DLL. Und diese Datei ist eigentlich nicht da. Die habe ich da schon eingefügt gehabt. So. Ihr habt nur diese Datei. Und das ist die Original-Datei. So. Das könnt ihr hier auch sehen an der Größe. Die Mod ist 221 Kilobyte groß. Und das Original hier ein bisschen größer. Diese hier. Also die Datei aus dem Spiel. Benennen wir um. Der Modder empfiehlt das. Beziehungsweise. Ich weiß nicht. Ob das funktionelle Gründe hat. Oder einfach um ein Backup zu speichern. Man soll die OpenVR-API. . ORIG. . 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 Fsr. FidelityFX Super Resolution quasi. Enable AMD FidelityFX Super Resolution. Enabled True. So. Das Ganze ist jetzt quasi aktiviert. Jetzt gibt es hier verschiedene Parameter. Der beschreibt hier quasi, wenn man eine Zahl unter 1 nimmt. Dann downsample das Ganze. Und sample das dann wieder hoch. Im FidelityFX Super Resolution Stil. Wie auch immer das dann funktioniert. Wenn man eine Zahl über 1 eingibt. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Dann versucht er das Ganze quasi abzusampeln. Also. Habe ich nicht ausprobiert. Der Nutzen ist ja quasi, dass man eine Auflösung, also eine niedrigere Auflösung nimmt. Und die dann so weit hoch skaliert wird, ohne dass man Qualitätseinbüßung hat. Das ist ja eigentlich der Sinn von FidelityFX und von DLSS. Von daher will ich einfach mehr Frames aus dem Ganzen rausbekommen. Und hier unten habt ihr den Bereich Render Scale. Und der steht hier bei 0,75. Ich habe mich jetzt erstmal an. Also das könnt ihr einfach ausprobieren, welche ihr nehmen wollt. Hier sind ein paar Voreinstellungen. Ich glaube, das sind die standardmäßigen von AMD. Hier AMD Presets. Für Ultra Quality, Quality, Balance and Performance. Ich habe drei Spiele getestet. Und werde die euch gleich noch zeigen, welche Ergebnisse ich da gesehen, äh, bekommen habe. Ich habe auf jeden Fall erstmal hier auf Quality das Ganze ausprobiert. Ich dachte, das ist ein guter Mittelwert. Da gebt ihr 67 ein. Tune Sharpness habe ich so gelassen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was das macht. Also die Schärfe einstellen. Ich habe das erstmal so gelassen, ähm, weil es mir da letzten Endes nur um Super Resolution ging. Das Ganze speichert ihr. Und dann sollte das Spiel auch schon, äh, FidelityFX aktiviert haben. Ja, und ich zeige euch jetzt in den drei Spielen, ähm, The Walking Dead, Propagation VR und was hatte ich noch? Pavlov. Diese drei Spiele. Ihr werdet gleich starre Bilder sehen. Also ich habe das Ganze so aufgebaut, dass mein VR-Headset ganz still steht. Und mit dem, ähm, OpenVR-Input wie OBS habe ich das Bild aus der Brille gezogen quasi. Also ich habe kein Extra-Programm genommen, nicht das von Microsoft, ähm, nicht das von Steam, weil das alles Ressourcen trisst, sondern das, was direkt, also das gerenderte Bild in der Brille, habe ich in OBS eingefügt und dann den, äh, FPS-Counter quasi daneben gelegt. Damit sollte ich ein möglichst sicheres Bild haben. Und ich habe die Kamera kein Stück bewegt. Also ich, also, die, das VR-Headset. Ich habe das Ganze positioniert, aufgestellt und dann immer gleich gestartet, damit ich möglichst immer das gleiche Ergebnis habe, um wirklich zu sehen, die Einstellungen, die ich jetzt hier bei FidelityFX mache, haben die überhaupt einen Effekt und wenn ja, welchen? Und, ähm, ich bin da zu ganz guten Ergebnissen gekommen, tatsächlich. Und ich muss sagen, klar, FidelityFX verbessert nicht die Grafik oder so, aber die Performance-Verbesserung, die ich dann im Nachhinein hatte, sind, äh, signifikant. Also, das bringt was, wirklich. Also, ich habe auch innerhalb der VR-Brille und ihr werdet es auch im Video sehen, keine, ähm, Grafikeinbußung gesehen. Vielleicht ein bisschen, bisschen schwammiger. Also, ich habe das Bild in der so guten Qualität, wie ich konnte, äh, für euch präsentiert. Ihr könnt da ranzoomen und nach irgendwelchen Unterschieden sehen. Und das sind Videos. Bei Pavlov zum Beispiel sieht das ziemlich starr aus, weil man da eben nichts passiert. Aber ihr seht ja, an der Framerate, da tut sich was. Aber das ist kein Bild, ne? Das sind wirklich Videos, die ich aufgenommen habe, direkt aus der Brille. Kein, kein Hoax oder so. Und, ähm, ja, bei Propagation VR habe ich da, da ist halt Bewegtbild auch zu sehen. Und da seht ihr dann, ähm, dass ich da einiges an Frames sparen konnte. So, schaut euch das Ganze an. Zum Aufbau meines Tests ist vielleicht wichtig zu wissen, welche Einstellungen ich vorgenommen habe. Also, das Ganze habe ich mit einer Reverb G2 getestet. In voller Auflösung. Also, 100% Supersampling. Ähm, in Steam VR. Ich habe auch in der Brille nichts rumgeschraubt. Und auch im Spiel selbst ist alles auf 100%. Nicht auf Ultra. Also, bei The Walking Dead habe ich, ähm, glaube ich, alles auf Mittel gehabt. Ähm, quasi Standard gelassen. Aber in Propagation VR und in Pavlov VR habe ich, ähm, alles auf Maximum gehabt. Das war auch standardmäßig so eingestellt. Und wie gesagt, alles auf 100%. Das ist, ähm, für meine Grafikkarte, ihr werdet es auch sehen, beziehungsweise ihr seht es ja jetzt auch hier im Hintergrund, äh, hatte meine Grafikkarte zu knabbern. Ne, ich habe eine 5700 XT, eine 5800 X CPU. Jetzt aber zu den Ergebnissen. Jetzt aber zu den Ergebnissen. Das ist, ähm, für meine Grafikkarte. Das ist, ähm, für meine Grafikkarte. Ja, krass, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Also, ich musste ein bisschen frickeln und ich habe hier und da auch mal das Komma dann in der Config-Datei weggelassen. Da hat das Ganze nicht funktioniert. Hm. Aber am Ende war ich doch ganz zufrieden, ähm, mit dem Ergebnis. Und vor allem für jemanden wie mich, der keine Nvidia RTX Grafikkarte hat, weil die immer noch sehr teuer sind, ähm, mit meiner 5700 XT ging das Ganze super. Also, wenn ihr eine, ähm, GTX Grafikkarte noch habt oder eben eine AMD Grafikkarte, dann probiert es doch einfach mal aus, würde ich sagen. Was haltet ihr von DLSS und FidelityFX Super Resolution? Hattet ihr schon die Möglichkeit, eins davon in Flat Games zu testen? Habt ihr vielleicht sogar schon eine RTX Grafikkarte und konntet DLSS in VR probieren? Dann schreibt mir eure Ergebnisse gerne in die Kommentare. Wenn ihr die Mod ausprobiert habt, ähm, sagt mir doch auch gerne, welche Ergebnisse ihr dadurch hattet. Ähm, würde mich sehr interessieren. Ich bin super gespannt, was da noch kommt. Mal gucken, wann Unity und Unreal Engine und andere Engines das, ähm, integrieren. Ist natürlich immer geile Optionen zu haben. Wenn man DLSS nutzen möchte, ist das okay. Ähm, wenn man es nicht kann, kann man FidelityFX benutzen. Man kann die Grafik runterschrauben. Mehr Optionen sind immer besser. Selbst wenn man eine RTX Grafikkarte hat, vielleicht hat man bessere Ergebnisse bei jedem, bei einem jeweiligen Spiel mit FidelityFX. Wer weiß, ne? Man muss das einfach ausprobieren. Und, ähm, ich bin gespannt, was es da, was da noch so kommt und wann das offiziell implementiert wird. Jetzt erst mal ist das eine supergeile Lösung. Also ich bin begeistert, wie gut das funktioniert hat. Und, ja, probiert's aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gucke mal raus. Ciao.